So, jetzt sollen sie doch, ja, ist doch geil eigentlich, ne? Also wenn ihr Bock habt zu joinen, könnt ihr joinen. Die IP habt ihr ja gerade gesehen. Sind wir seit Talibans oder immer noch Army? Äh, ich bin Army, glaube ich. Ja, wir sind dann beide Army, ne? Glaub schon. Ah, das ist jetzt eine neue Map. Wo bist du denn? Ich bin unten irgendwie in so einem Sieben. Guck mal nach ganz oben auf das Holzhaus. Boah, Alter, wie schnell läuft man in der Treppenstufen. Also ich bin jetzt, äh, hier. Ich bin jetzt auf dem Dach. Da liegt ein Raketenwerk, meiner. Hä? Ich bin jetzt Team Rot? Warte, warte, hier, komm her. Ich bin Team Rot. Äh, ich bin Team... Welches Team bin ich? Ich weiß es gerade gar nicht. Welches Team bin ich denn? Ich bin Team Rot. Hä? Die Möcke ist ja cool. Wo sind wir denn hier? Ah, hier, wir müssen gegen Team Blau. Oh, okay. Ist das... Ach, das ist immer noch ein Bitch-Solge, ne? Oh Gott. Ah, ich fände es übrigens lustig, wenn... noch mehr sich hier einschreiben würden, wenn die Postal 2 haben. Ist doch ganz cool. Nicht nur gegeneinander zu zocken, sondern auch mal gegen andere. Das wäre echt mega cool. Ne? Ah, da ist schon wieder so ein Typ, ey. Wo bin ich denn hier, Alter? Ich weiß nicht, wo ich bin. Ah, wo bin ich denn hier? Du bist aber Team Rot. Du bist also ein Army Man, ne? Ja, könnte sein. Ich weiß es nicht. Das heißt, einer ist noch mit bei denen. Einer spielt im Gegnerteam mit. Oh, ich komm mal zu den Häusern. Ja, komm mal zu den Häusern. Ja, ich bin hier gerade auf diesem Weg zwischen den ganzen Häusern. Ich weiß gar nicht. Ja, komm einfach in so ein Haus rein, Mann. Oder bleib mal da stehen und beschreib mir das, wo du bist. Ich bin auf so einer Brücke mit so Lichterketten. Ich bin beim Morgue. Ah, ja, ja, komm mal hier rüber. Wo bist denn du? Wo bist denn du? Ach da. Hey, der schießt auf dich? Du bist Team Blau. Habe ich dich getötet? Bist du auch tot? Ja, ich bin auch tot. Das war's wert. Wir sind gegeneinander jetzt, ne? WTF, Alter? Ich dachte, man könnte mal anfangs ein Team einstellen. Ich sag dir, ich mache raus eine Shitrunde, ehrlich. Ja. Das wird so die Obershitrunde. Vor allem, ich habe gerade so einen Benzinkernis da aufgesammelt. Was mache ich denn damit? Damit kannst du Leute abfackeln. Aber nur, wenn du Feuer auch hast. Was? Ne, das geht ja auch mit einer Knarre, oder? Hä? Schießt ihr jetzt auch nicht? Ach, mein Kollege ist bei mir. Ist ja cool. Was ist denn das? Wo ist denn die Bitch? Pässe. Ach, ich habe eine Map. Wie geil. Wie, du hast eine Map. Ich habe eine Map. Weißt, was ich habe? Ich habe einen Gipelwerfer. The enemy bitch was snatched. Eure Bitch. Boah, lecklich am Arsch, ey. Was ist denn die Bitch? Na auf unsere Bitch zu haben, ey, du kleine Urrensohn. Ach, die schwimmt vor der Bitch-Fight da, ey. Ich will nur Bitches, Mann. Ja, toll, du bist so kleine Bitch, ey. Oh, die kommt zurück. Fuck you. Alter, das Ding, das fliegt in die Luft. Die Rakete. Ich kann was du nicht sagen. Aber nur. Also, die fliegt so im Kreis in die Luft. Fuck off, Mann. So, jetzt muss ich das zu unserer Bitch bringen. Jetzt weiß ich ja, wo die Bitch liegt, wenigstens. Irgendeiner ist auch... Boah, ich finde mich da einfach nicht zurecht, ey. Jetzt kann man... Komischer Plastikkamerad ist tot. Der hat keine Ahnung gut drin, ehrlich. Ich weiß es echt, oder? Boah, Alter, warte mal eben. Die Army ist tot. Da ist so ein Sägewerk, das ist so ultra laut, Mann. Fuck off. Also, ich kenne mich jetzt hier ganz gut aus, weil ich habe jetzt die Wege drin. So weit. Ich schon. In meinem Endeffekt sind es nur zwei Häuser auch, ne? Woher schießt denn da auf mich? Seid ihr behindert? Seid ihr behindert? Ich laufe hier die ganze Zeit mit dem gelahnen Raketenwerfer rum. Der erste, der kommt, der hat voll die Arschkarte, Mann. Bisschen du? Hä? Bisschen du? Weißt du, wo ich bin? Unser Bitsch. Ich schweiß eigentlich nicht, wie unsere Bitsch ist. Oh, ach, das ist meiner. Ich wollte schon auf meinen schießen. Ach, du Scheiße, ey. Du hast Kollegen. Ja, du doch auch. Ah ja. Das sind doch diese Computer-Kollegen, die man kriegt. Also sollten sie lieber bei, wie bei, ähm, Dings machen, wie bei Counter-Strike. Dass die so, äh, Computer-Kollegen halt reinmachen, so, dass man so eine gewisse Anzahl anschauen kann. Und Schwierigkeitsgrad, weil ich finde es grad mega zu leicht. Muss ich sagen, also. Your babe was slashed. Your chip was dropped. No! Alter! Was passiert? Ich bin in der Ausfahrzehne die Säge reingelaufen und bin gestorben. Das kann man? Ich glaube schon. Ja, ja, toll der Scheiß. Shit, ey. Ja, toll, ich glaube, ich habe das noch nicht weg. Your Hottie won't return. Your Hottie won't return. The Army scores. Okay, okay. So eine Fester-Stimme, ey. Echt. Warum gibt es eigentlich keine Health-Pipes im Multiplayer? Also ich habe Health-Pipes. Du kannst solche Säcke aufnehmen. Und die kannst du dann tragen. Die helfen mir eigentlich ganz gut sogar, gerade. Aber ich habe überhaupt keine Probleme mit dem Health. Ich hatte gerade nur noch 25 Leben, da habe ich dir erst mal ein paar Müll... Mir... Ah! Ich habe einen Health-Pipes. Ich habe eins, zwei, drei... Oh! Oh! Ah! Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you! Scheiße! Ah, ist mir doch egal. Denn weißt du, wo ich bin? Du bist bei unserer Bitch? Genau! The enemy Bitch was snatched! The enemy Bitch was snatched! Oh! Die verfolgt mich hier drin! Fuck you! Ah, zum Glück habe ich Health-Specs bei und ihr habt in eurer Basis auch Health-Specs liegen, ey. Oh mein Gott, ey. Das war sowas von Health-Specs, ey. Ich töte mich mit diesem Scheiß-Raketenwerfen immer nur selbst. Fuck! The enemy Bitch was snatched! Nein! Nein! Ah! Hey, das war eigentlich ziemlich lousy. Ich habe jetzt 8 Health-Specs bei zum Einnehmen, so. Jetzt 11. Oh, ich bin hier so Mr. Unbesiegbar, ey. according to Mr. Unbesiegbar. Eh, ich bin Mr. Unbesiegbar. Komm zu null. Zu null. Die Army score! Ach, natürlich. Ach, meine Güme! Ja. Dum dum tcha. Dum dum tcha. Dum dum tcha. also lassen wir jetzt gleich eben kurz die aufnahme pausieren und dann gucken wie wir alles einstellen können